Ich hätte eigentlich... Ich hab jetzt die falschen Klamotten an. Für diese Punisher Part... Punisher Part 5 erfüllen. Da brauchst du diese Klamotten. Ach so. Du musst... Fucker und... Okay. Aber ist egal, ich hab's jetzt vergessen, einfach auszuziehen. Ähm... Ist das... Musst du das auf einem bestimmten Map machen? Jaja, auf Küste. Ah, okay. Aber ich bin schon fast fertig. Alles gut. Mal wieder 10 Leute mit der Packe anschießen, oder? Ja, genau. Auf diese Scheiße hab ich auch. Mach das ja nur noch wegen... Weil ich dann sonst mir langweilig ist, ne? Also irgendwas. Also ich mache ja keinen Quest... Ich mache keinen Quest mehr, sondern nur noch welche, wo ich Fuck drauf hab. Mhm. Weißt du, wo ich denke, okay, das ist noch machbar und verschwindet nicht so viel Zeit. Okay. Okay. Ansonsten... Aber gerade mit ner Scheiß Packer. Ja, das ist ja witzig, ne? Ich hab hier schon welche geholt, das ist für die natürlich. Und ich muss sagen, der Packer ist irgendwie vom Box hin, vom Hitbox echt witzig. Da hat mich der Typ mit SNB und so erwischt oder... Ja. LPZ. Also irgendwie war das... Natürlich hat er ordentlich Schaden gemacht, aber es ging nicht auf andere Sachen über, ne? Achso, ja stimmt ja. Du bist ja süchtig. Ich hör nichts. Nee, ich auch nicht. Ich geh mal vor einfach. Ja. Was hab ich so einen guten Wasser? So einen guten Gun Handling wahrscheinlich bei AK, weil du ja ständig AK spielst, dass das eigentlich scheißegal ist inzwischen wahrscheinlich bei dir. Ja, mal mehr, mal weniger. Mal geht's gut, mal verkack ich's. Wenn du Siren schwindest und diese Medical Tools und H2O2 hab ich schon. Geil. Hast du? Ja, aber ich brauch's ja etliches von dem Zeugs. Ich geh mal auf der anderen Seite rüber. Okay. Ich folge ihnen unauffällig. Also Matze, wenn du gerne AK spielst, musst du dir unbedingt die Ecke hier mal angucken. Was? Die Ecke? Achso, ja, ja. Da liegt immer Munition. Weil da liegt immer geile Munition, ne? Hier da um die Ecke. Da liegt jetzt beispielsweise BT, ne? Oh, geil. Geil. Da bin ich vielleicht dort. Also ich kann eh nichts mehr aufnehmen. Du kannst das alles reinpacken. Okay, dann guck da rein. Dann hol ich mir meine BT Munition. Hier ist ne Aluschiene, Hemostat und Ibuprofen drin. Ich bin voll. Also du kannst dir das gerne nehmen, wenn du möchtest. Oh, und zum Glück, ich hab nicht mal Ersatz Munition mit. Ich tropse, gesichtiger, tropse. Waren wir hier schon dran? Tropse. Nein. Nein! Hinter mir! Nein! Hast du ihn? Nein! Nee, er lebt noch. Ich bin schon K-O-F-In. Ich bin übelst zerfetzt, Mann. Oh, ich hab mich dann auch noch verklickt vor allauerer Hektik. Hast du ihn? Hast du ihn? Sehr schön. Sehr schön. Diese Ratte. Alter Schwede. Und ich sag noch, ich denk noch. Aber ich weiß nicht, ob er alleine war. Ich muss mich nochmal. Er hat mich blutig geschossen. Okay. Ich muss da gleich nochmal glotzen. Oh, Sebi! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der nicht sterben will, die Ratte, ey. Oh, Alter. Ich hab ihn aber auch nicht gehört. Nichts. Du hast das Skev noch da hinten? Ja. Ja. Oh, da. Lass den. Osnana kommt von alleine her. Ja. Nicht, dass hier noch einer weg holt. Oh, ey. Keine Ahnung, was das bedeutet. Durch Deutsch. Ha, ha. Hier ist es bei dir ungefähr. Ja, ja. Aber die kauchen ja nicht durchs Loch, oder? Nee. Du kommst gelaufen? Ja, ja. Das bin ich. Okay. Der ist hier dahinter. Wo ist der? Da läuft jetzt wahrscheinlich links rum mit Richtung dem Stachelbrat. Ja, ja. Würde ich mal so sagen. Ja. Ja, ja, ja. Das ist der und der stimmt. Ja, ja. Na ja. Soll er mal kommen. Ich bin eh nochmal heil. Ja. Oh, hab ich nicht erschrocken. zu. Aha. Ja, zum Glück. Also Tarkov muss er noch lernen. Welches Level war er? Keine Ahnung. Ich hab ihn noch nicht geguckt. Ich muss gucken, ob er noch einen Mate hat sogar. Ich hab nur Abstand gewonnen, weil ich halt selber geblutet hab und so. Jetzt kommt das Kev angewackelt? Ja. Nein. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Geniege. Ach komm, nee. Echt jetzt? Ey, der kommt von hinten. Ich guck mir den Typen gerade an. Der kommt von hinten. Erster Schuss direkt in den Kopf. Das gibt's doch gar nicht. Dafür hängt er vor lauter Freude am Stacheldraht. Ey, ich sag's noch. Der kommt. Alter, hörst du? Ihr. Er chauffiert sich am Stacheldraht. Ja. Das ist doch gar nicht. Das ist ein Penner, du. Ach, da kam doch einer rein jetzt. Mit PS Munition. Direkt in den Kopf. Hat er mir ein Head-Eye gegeben. Er war schon dort. Meine Herren. Pff. Kann ich mir doch noch klippen. Habe ich ordentlich Munition rausgepresst. Das ist der Typ. Er hängt schon wieder am Stacheldraht, dieser Vollidiot. Ist ein Zweiter noch gekommen, oder was? Ja, das war ein Zweiter. Aber es ist wahrscheinlich wieder derselbe, der im Stacheldraht schon mal hing. Walli, Walli. Was ist das? Du kommst da gar nicht mehr raus, ne? Das bist du. Voll lauter Scheiße, der. Ja, ja. Soll ich deinen UMP irgendwo hinfeuern? Ja, kannst gerne machen. Schön, er hat nen Slick. Ach du Scheiße, der hat nen Slick. Level 10? Warte, da hab ich ihn mal ein übeles. Guck mal, hab ich ihn in den Kopf getroffen? Seh ich das? Ja, muss auf seine Handelmarke gehen. Ach so. Ich meine, gut, ich bin auch durch nen Slick gekommen. Keine Frage. Nee, das steht da nicht. Das steht da nicht. Das steht ja geil. Bei mir standen. Wenn du rauskommst, kriegst du dann die Informationen. Boah, also dieses UMP ist so stark, ey. Das ist ne geile Waffe einfach. Du siehst ja, selbst beim Slick geht er durch, ne? Dann stiefle ich mal zum Exit. Jawoll, guter Mann. Damit Sie nicht so lange warten müssen, junger Mann. Ich hoffe, inzwischen zeitlich ist noch keiner mit dem Auto weggefahren. Äh? Was geht das? Nein, ich hab Glück. gibli, was geht das? Ja, du siehst! Uhm, ach. Dann ganz schnell ziehst du, wöchert hier. Jesus warst du mit! Anyways und-antes Jubil. entsinnie im Ahren muss ich mich sta weg. Anzeige, alle spouse Centruche. Kas mir zwei, die beiden certification gegeben. Also, hier, sie versuchen. Ob critics du siehst, wenn ich sag nicht super, ich hätte eigentlich ich wollte doch sagen ich hatte schwörungen dass ich da noch eingehört ja 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 Alter. Ich muss klippen, ihr Idioten. Ich bin so aufgeregt, die Skefs hier vor meiner Nase. Ich will die zwei Typen looten. Die Skefs haben sich doch verpisst, oder? Ist das raus? Ne, noch nicht. Ne, ich meine Bogen. Achso. Das Auto ist noch da. Die wollen gerade mit weg. Machst du noch? Ach, die hast du? Ja. Verstehe. Oh, mit Tools. Oh, ich muss pinkeln. Oh, ich muss pinkeln. Oh, ich muss pinkeln. Oh, so läuft. So, was noch? Den weg. Warte. Du hast ja einen doppelten Hotdog gegönnt. Ja. Okay. Ich muss jetzt aufs Klo. Jetzt kann das Leben weitergehen. Gut. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Sehr gut. Nur hier auf. Fürs Kefs. Zwei Spieler. Schönes Ding. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.